Der neue Trainer von Real Madrid, Julen Lopetegui, hat sich jetzt erstmals zu dem Abgang von Cristiano Ronaldo geäußert. Dabei hatte der neue Coach offenbar gar keine Möglichkeit, CR7 vom Bleiben zu überreden. Ich habe nie mit ihm gesprochen. Als ich kam, hatte er dem Club bereits deutlich kommuniziert, gehen zu wollen, sagte Lopetegui im Interview mit dem Radiosender Onda Cerro. Der Club half ihm, seinen Wunsch zu erfüllen. Und ich habe diesen Wunsch logischerweise akzeptiert und respektiert. Er war ein riesiger Spieler für diesen Club. So der Nachfolger von Zinedine Zidane weiter. Jürgen Klopp darf sich dagegen über den Verbleib seines Kapitäns Jordan Henderson freuen. Der englische Nationalspieler unterschrieb einen neuen Vertrag beim FC Liverpool. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem ich lieber Fußball spielen würde. Ich will hier so lange wie möglich bleiben, erklärte Henderson. Englischen Medienberichten zufolge verlängerte er bis 2023. Der Mittelfeldspieler war 2011 vom FC Sunderland gekommen.